im kotzen zu spät so ich bin amore kohle da haben wir doch da ist wieder am stolz oder so zu trinken hier drinnen ist so gut fortsetzen fortsetzen setzen umsetzen wir schauen uns mal an die bühne hier teile da gibt es nicht besonders einsatz mission jemals Raven, wir haben eine Mission, die wir Ihnen wünschen. Der PCA hat den Cataphract gesetzt, eine Spezial-Forses-Weapon, speziell für Ground-Kombat. Wenn wir die Corporations-Technologien auszusehen, dann werden die Dinge umgekehrt werden. Okay! Oh! Der Cataphract ist ein Fortress, mit einem almost impenetrable Armour. Es inkorporiert ein bipedial MT als das Kord, macht es eine sehr versatile Gefahr. Das MT-Kord ist auch seine Gefahr. Focuss oder Feuer da, kann sich verletzt werden. Du bist unsere beste Chance. Was sagst du? Na dann, herzlich willkommen YouTube zum Roboter-Adaptteil-Lager machen. Können. Wollen. Ja. Wollen wir mal was denn? Wollen wir mal was denn? Wollen wir mal was denn? Main System, aktivieren Combat Mode. Oh, ist er richtig schön... ...spannend hier. Wollen Sie mich nicht mal aufbauen? Wollen wir mal was denn? Alle? Nein! Oh! Obwohl. Geh krug Au Pau Hu Fuck Wie langt haben Da regnet, Junge, da regnet Warte mal, ich muss mal kurz diesen hier machen. Warte mal, diesen hier. Warte mal. Warte mal. Meine Güte. Aber wir haben falsche Richtung gedrückt. One repair kit remaining. Oh, ich bin so alt. This is inevitable. The PPA makes no reception. No repair kits remaining. JP at 50%. Ja, das war. Ich war einfach wieder ab. Ich habe jetzt nur noch mit der falschen Taste ausweichen. Wuhu. Hm. Wuhu. Wuhu. Oh, ich habe jetzt schon Waffen drin. Das wird ein bisschen komisch. Montage. Ne, meine Minigun würde ich auch haben. Ich nehme Minigun, hau ich dich mal richtig ran. So. So. Activating combat mode. Commence mission. Destroy the PCASP machine. Cataphract. Code 2-3. Enemy AC confirmed. Resistently exchanging fire. Raiden. Bio. Oh, ichalki schon binan,ja... OIGA. Woaaaa. ... ... ... ... ... soo, hefter haben wir schon ein paar wow, der hat mir aber gerade in den Halt gedrückt wow wow soo, jetzt drückt es mal kurz in den Hals oh, scheiße meine frasse, dreht doch mal das Ritchie zu mir oh, ich hätte nur auf Minimum zwei Arme müssen den Krimor auf alle Fälle der kostet halt nur Munition ohne Ende das muss ich einmalweise rein aktivieren combat mode commence mission destroy the PCA-SP machine cataphract cataphract go two three enemy AC confirmed okay changing fire raven priority target for removal meine güte alter die sind alle drei sekunden voll oder was alles klar Ja, die sind ja alle jeweils Ich kann nicht ganz klar Ich starte mit einem kleinen Bosskampf am Anfang und wir starten in der dritten Runde. So, dann geht's, klar. Rechtsack! Uh! Aua! Aua immer! Uh! Okay! 300.000 wir haben. Über 100.000. Wir haben auch die Schale eingestickt und haben die Hälfte der Kohle verballert. Das war's in des Wortes. Das war's in des Wortes. Okay. Das war's in der Nähe von einer Freundin. Wir haben noch nicht genug Daten, um wo die Coral gesammelt ist, in der Ice-Field. According zu meinen Schäden, wir können hier ein paar Zeichen finden. Xylem, eine Stadt fließt auf dem Meer, gebaut von der Rubikon Research Institute. Seit den Frenzen, das Ort hat sich verabschiedet. Es ist sicher, dass sie die Schäden über die Coral gesammelt haben, die die Stadt entdeckte. Meine Freunde haben bereits versucht, eine Dronen Surveys, nur um es zu verlieren, in der Interferenz. Das ist wo Sie kommen. Ich möchte Sie die Dronen Surveys, um die Dronen zu verabschieden, um die Dronen zu verabschieden. Okay. Right now, the corporations are preoccupied with the PCA. We can be the first ones to identify where the Coral is converging. Also, ich halte ausmachen. Verstehe, verstehe, verstehe. Ach so, Kamera war eine. Gut. Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Sie sind gefährlich. Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Links, rechts, rechts, außen? Gucken wir mal mit dem, was? Bauch ist dein System, aktiviert den Kombat-Mod. Raven, die ECM wird nicht hinterführen mit unserer Kontakt. aber es ist ein Fakt in der Laufkunft. Bleiben Sie an Ihren Soldaten. Also das Kartenrand. Das muss ein Beacon sein, von der Dronen der Surveys. Ich benutze Marker, um sie zu tracken. Du kannst sie, wenn du dein Weg verletzt. Okay. 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 Mhm. Achso. Hups. Okay. Oh mein Gott, sieh sie um, ne? Bieber. Mhm. Oh. Okay. Na gut. Woher ist? 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 Ich bin echt kacknervig. Ich bin echt kacknervig. Hm. Hm. Wait. Hostile Reaves. Normalization process B2. Deploying antigens. Fight back, Raiden. Alright. Fight back, Raiden. Fight back, Raiden. 50%. Okay. Let's hand the ammunition at 50%. Mhm. Okay. Now we know what happened to the drone. Fortunately, the data we found helps to identify where the... Mhm. Okay. I said... I've set him up before it. Let's check it out. Let's check it out. You know... It's been a long time since we've been on a mission together without Walter. The control device isn't going anywhere. Take your time, Raven. Mhm. One firefly, another play. Right then. That's the last of the control devices. Right then. I'll watch it back after this. 6-2. Do you read me? Do you read me? You've got PCA incoming. Pull out before they make this complicated. Good point. Good point. Good point. Good point. Good point. I've identified some Xylen defenses we can co-op. Try accessing it if we need support. Mhm. Woah. So, jetzt mal hier ran. So, dann gucken wir mal hier weiter, wa? Lef-handa-munitions, complete. Lef-handa-munitions, present. Hmm. Lef-handa-munitions, complete. Okay. Lef-handa-munitions. Fifteen percent. Lef-handa-munitions. Lef-handa-munitions. Fifteen percent. Lef-handa-munitions. 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 Schöne! At 10 percent. Left shoulder ammunition at 10 percent. Left shoulder ammunition depleted. AP at 50 percent. Left shoulder ammunition depleted. Left shoulder ammunition. In the throat! Sorry, I was just too concentrated, but I had only a house. That was so. Ow! Ow! Oh, shakalaka! I have no ammunition and no weapons. Looks like you did it. And the EC unfurled me. Now, my friend can get back to surveying. Let's go! Cool. I had no weapons! Hell I didn't have no weapons! I didn't have enough weapons! Vielen Dank.